Makucha hat dich echt gerettet? Das ist ja bangatastisch! Vielleicht ist er nicht so übel, wie ich gedacht hab. Vielleicht will er uns wirklich nur aus seinem Revier raushelfen. Du hast tatsächlich diesen Löwen gerettet? Nicht, weil ich es wollte. Ich wollte mich selbst retten und er ist mir den Weg gelaufen. Hört sich an, als würde der Sturm wieder nachlassen. Ja, so ein Glück. Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Der Adler hat recht. Also los, hinter mir her und ich bringe euch im Nu aus meinem Revier raus. Je schneller, desto besser. Macht das nicht Spaß, Anger? Spaß? Ja, ich kann es kaum erwarten, den Baum des Lebens wiederzusehen. Er ist so wunderschön. Hört sich auch mal auf zu reden. Wartet mal, bis ihr all die Tiere dort seht. Da leben die seltensten Tiere von überall. Hat sie gesagt, seltene Tiere? So viele Tiere von überall her suchen beim Baum des Lebens Schutz. Und er ist so schwer zu finden. Ihr könnt euch freuen, dass ich weiß, wie man da hinkommt. Interessant. Kommt her! Plan geändert. Wir führen die Garde der Löwen nicht mehr aus unserem Revier raus. Oh oh, wir werden sie abhängen, ja? Und lassen sie mal im Hinterland zurück. Wir lassen uns noch mehr einfallen. Die Garde der Löwen will zum Baum des Lebens. Und der Mandrill weiß, wie man da hinkommt. Der Baum des Lebens?